I wanna be the very best, like no one ever was Du musst nur anmoderieren, du Pfeife Ja, du musst anmoderieren, du Wichse Ja, du musst Na, du bist der Captain hier Okay, wir teilen uns die Anmoderation Und damit hallo Und herzlich willkommen Zu der neuen Aufnahme Hey, jetzt hast du viel zu viel gesagt Bei euch landet auch einer An der Halle Hinter Eingang von der Halle ist der andere gelandet Max, ich versuch den Arsch zu retter, gell, ich komm Auf den Hinter Eingang ist er reinkommen Wer schießt schon? Max Wer sonst? Wer sonst? So die Fragsketten, Alter Schee, dass ich schon mal keine Waffe finde Wie wolltest du mir nochmal in den Arsch retten? Mit meiner puren Anwesenheit Alles Habe ich gerade einen Schiss gehabt, Mann Ey, wieso? Weil du hier reingerannt bist wie so'n Bekloppter Der hat ja nicht mal was gehabt Beschwerst du dich überhaupt? Hey, bist du eigentlich behindert, Mann? Du kannst mir nicht die Muni klauen Ich hab null Kugeln für die Waffe Juck mich nicht Ich bin der Pro-Gamer, ich hab ein 8-fachs-Girl Was? Hinter mir, im Haus, neben Orangenen Das da, mittleres Fenster Naja, zweiter für links Das Haus, wo ich gerade bin? Der hinter dir, Fisch Hä? Du kannst jetzt nicht noch... Nein, bei dem seine Schuss... Ne, du nicht Ich rede mit Nico Er hat fünfmal in seine Schussballen gerannt Das Haus vor mir jetzt, oder? Mann, ich muss kurz wechseln Du musst festhalten, bitte Ja, genau das Schieß mal drauf Aber pass auf, hinten auf der anderen Straßenseite ist auch noch eine Das? Das da? Hinten auf der Straßenseite, ja, hinten auf der Straßenseite Da rennt gerade einer über das Dach Also, die Straßenseite ist nicht da Ah, ich bin glaub ich da Ich weiß ja nicht, wo du hinguckst, aber die andere Straßenseite ist rechts Ja! Junge Hey, du doch nicht, ich rede mit Nico Das hier Der fickt mich jetzt Da oben rennt gerade einer einen Berg runter vor dir Äh... Könnte eigentlich, ich sieh's nicht Jetzt rechts an der Mauer Jetzt ist noch einer rechts an der Mauer Du fickst gleich von dem Headshot Ich krieg's an der Mauer Da ist auch einer drin, im Haus, beim Nico Aber was kannst du überhaupt? Ich bin ein Brogamer, ich hab ein 8-fach Scope Ach cool, ein Karabiner Nice, ich hab auch schon einen Ach scheide, ich hab gedacht, jetzt können die jetzt locken Aber wisst ihr was ihr weiter nicht habt? Nachfach Das soll ich Das könntest du mir erstmal abgeben, oder? Nö Ich hab doch nice guys Ich hab zweifach Warum sollten wir dir was abgeben? Das ergibt dann immer noch mal Sinn Wenn dann schon andersrum, du gibst uns den Karabiner, weil wir einfach haben Ja wirklich, immerhin hast du die Ehre mit uns zocken zu dürfen Äh, nein Doch Äh, nein Äh, jetzt würde ich mal hier mal Machen wir ein bisschen halblang Halblang? Halblang Weißt du was du damit meintest, ne? Ja, deine normale Geschwindigkeit Meine normale Geschwindigkeit, ja genau Ach, ich dachte schon jemals wieder KW getan beim Kamasutra Ach, shit Ach, shit Ach, ich habe noch nie Kamasutra ausgeübt Der hat jetzt auch niemals Sex Das kann ich jetzt nicht Das kann ich jetzt nicht Hahahaha Ich hab ja nicht erkennt, Status dazu Status Update Ja, also in der Woche hab ich sowieso oft Sex Nein Ich habe keinen So was unethisches habe ich nicht vor der Ehe Jetzt wollte der Katz sagen, er hat keinen Sex Ja Äh, du? Ja Äh, ja Entschuldigung Der kam aus dem Herzen Ja Ich hab's gemerkt Ich dachte schon, der kam von Nico Naja Der war für Nico Das ist ungefähr das, was ich von ihm halte Ah, alles Ekelhaft stinkendes Geräusch, wie Nico Echt so, ne? Wenn der auf Teamspeak schon fängt mein Hund schon anzukotzen whhhh Ach, die Folge wird so lustig fuck you Heart in your face Alter.....等等 Wusste gar nicht dass man jemanden weich ins Gesicht ficken kann Ganz soft, Alter Ach bist du also so n soft 75 Es gibt auch diese komische Knisterfolie, wo man normalerweise Sachen verpackt, um sie zu verschicken Ja, dann verpackt er sich immer Ja, da mal, da können wir mal her, ich bin vorbereitet Ja, so spare ich mir den Zug, Alter Hat er ins Postfach gelegt Ach ja, Nico Da gibt die Aussage Ficken und Schicken, ganz andere sind bei dir, ne? Ja, da hast du recht Der Schlechte, schicken wir weiter, verpackt ist er eh schon Was fällst du eigentlich wie ein Behinderter mit dem Auto rum? Da fahr ich mich auch die ganze Zeit Ich versuch zu euch zu kommen, bloß die Navigation ist in diesem Auto irgendwie schlecht Kein GPS-Signal und so Ey, Nero, hast du eine Nate? Ähm, bestimmt Ach, nur eine Rauchgranate, nur eine Rauchgranate Ich hab leider keine Nate Ich bin's nicht, ne? Also ich hab keine M4 Ich hab auch keine Die Tür rennt Braucht du nicht mehr einen Kompensator oder er? Hat er denn jetzt einen Tieffach für mich? Alter, ich wollte gerade durch die Tür durchschießen, da auf einmal läuft sie in den Raum rein Hast du eine Eier? Brauchst du ein Ding? Ja, aber ich kann das hier alles anboppen Ne, passt schon Da kam ne Nate, nul Wenn ich mich hinlege, hat das Ding also ne bessere Genauigkeit Jo Wo ist denn hinlegen auf dem Scheiß hier? Ey, jetzt mal ernst, wo ist denn hinlegen? Ich weiß es nicht, wo du ihn hinlegelegt hast Ich weiß es nicht Räuchert die Sau aus Nero, verpiss dich Hey, wie redest du denn mit mir, du Bauer? Ich rede mit dir, so wie ich das möchte Nero, komm mit Nero, hast du noch einen Vierfach jetzt für mich? Ein, zweifach hab ich dir doch da hingewiesen Zieh nicht auf mich Hör auf mich auf mich zu zielen Ich zieh nicht auf dich Kannst du mir jetzt ein Vierfach noch droppen, bitte? Nö Bitte? Für meinen Karabiner? Ne Gleich hole ich aus, mit der Bratpfanne Bam! Kannst du mir das jetzt droppen, oder nicht? Nein Nein Ich hab keins Ey, du hast doch vorhin gesagt, du hast eins Ja, ich hab's gesagt, um dich zu ärgern Oh, Junge Liegt das zweifach immer noch da vorne? Ja, ja Was hast du denn nicht mitgenommen, wenn du kein Visier hast? Ja, weil ich dachte, ich hab zwei Redouts und ich dachte, in ihrer... Du dachtest, das ist ja schon mal die Fehler Nummer eins Ja, okay Hey Wie geil das immer klingt, ne? Unglaublich Juch, Alter Hör auf Das klang auch geil Allein ist es zweifach Ja, neben dem Haus, wo du es gekloppt hast Du kannst es dir ja denken Ich brauch nur eine neue Weste, die hat nur noch 41 Wo ist es? Äh Denk und da war jemand drin, ne? Nur noch eine halbe Tür ist die hier übrig? Ja, immerhin Ja, schön Wichste Hälfte hast du übrig gelassen Kann man jetzt wenigstens schön hätteltschen, Alter Aber es geht nie ab Er schießt da rein, der Wichser Er schießt wo rein? Du hast auf uns geschossen Nein, hab ich nicht Hallo? Hast du ein Fischgesicht, Mann? Der ist voll ankettelt worden Wir haben das auf... Was? Wir haben das auf uns geschossen, wenn ich nicht so schön hätteltschen, Alter Wär übel Oh, ja Ich hab übel ins Blut gestrickt Hä, das wusste ich aber Ich hab extra gegen die Wand gezielt Ich war draußen auf den Mülleimer Ohne Scheiß, ja Ja, deswegen hast du ja auch bis das Fenster geschossen Ja, ich stand draußen auf den Mülleimer Ich dachte nicht, dass ich von da reinschießen kann Ja, wirklich Das wurde voll ankettelt Ja, aber tut es mir leid Das war keine Absicht Meine beste, komplette Marsch Und mein Helm auch Das wollte ich wirklich nicht, sorry Also ohne Scheiß, Vicky Ja, wer glaubt dir das denn jetzt noch? Ja, wirklich Auf den Tag von der Schule, drei Mann Einer ist ausgelockt Einen Kill hab ich Links an der Treppe Ja, es müsste noch einer sein Ja, und einer ist runtergesprungen Und Richtung Der ist schon wieder zu Hause rein Okay, super, danke schön Ich schaue auf den, äh Auf den, wo du dir gerade drauf schießt Schaue ich Und dann schaust du auf den rechten, okay Auch nicht, der Typ, die kann da nehmen Hat wieder auf den Weg geschossen Nein Doch Nein Doch Er ist schon längst hoch, Mann Ausgenockt Macht was Der töte mich, der töte mich Macht was Ich hab schon einen ausgelockt Die mich jetzt... Komm, komm, geht zurück Komm zurück Ich sterb jetzt Ich kann nicht weiter doch Sag, jetzt geht's jetzt einfach mal Naja Nee, du komm zurück Jetzt geht grad nicht Ich heil ihn Gleich, gleich, gleich Dauert nicht mehr lang Jetzt, komm Komm zu mir zurück Und dann erhalten wir einer Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon vier Leute ausgenockt hab Einen habe ich davor schon getötet Das sind nur noch zwei Kann ja nicht sein, wenn ich schon viermal ausgenockt habe Der eine ist schon wieder auf dem Dach Und das ist ausgenockt bekommen Ja, trotzdem Die können sich gegen sich wieder heilen So wie wir die ganze Zeit Ja, können die, aber es kann doch nicht sein, dass wir es nicht schaffen Bei Leute zu töten, wenn ich schon viermal ausgenockt habe Ja, ich habe halt keine 556er Nee, oder hast du 556er? Da am Zaun ist einer Warte, ich komme zurück und schaue nach Gib mir 556er, weil ich habe gar keine mehr Und das ist meine 100 Schuss Ich habe es hingeschmissen Ja, danke Perfekt Legt bei mir drauf 100 Schuss Was für ein Zaun, was für ein Zaun Was für ein Zaun Der war ja am Zaun Was für ein Zaun Am Dach oder unten oder Den Der draußen, der Zaun einfach Wo denn ungefähr Ja, unten Ja, aber wo an der Mauer Ähm Circa auf 145 War einer Aber der Morden warten Schon drauf, wie es ausschaut Im Fenster Drüber Zweite Etage Ich bin ausgenockt von den Karabiner Hinter uns sind Leute Das ist auch noch Das sollten wir uns mal Autsch, die schießen auf mich Ich habe ihn nicht Sportmordmesser Niko, deine Angelegenheit Rette uns Super Ich habe vor allem keinen Koffer Ich verheil mich die ganze Zeit Mit Verbänden Ja, geht mal hinter die Hinter das Rohr Ja dann Ich bin jetzt jeden Moment tot Wenn du mich nie wiederbelebst Ja, es geht mal gerade genauso Alter Okay, hast du noch irgendwie Verband oder sowas? Nein, Verbände hatte ich noch Nice Wow, der ist vor mir Für was? Den wurde der nicht vor mir, keine Ahnung Ach schön, das war's schon wieder